Ich hab dich vorliegen, Servus! Ich hab dich vorliegen, Servus! 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 Ich lege mich da mal her! Ja, da legst du dich nieder! Was ist denn das? Was denn? Oh, so ein Händl, boah! Das hab ich jetzt nicht gecheckt! Das hat nämlich den Kopf unten und geht so unten Ich hab mir gedacht, was ist denn das? Das schaut aus wie so eine... eine Sorge, oder was? Der Schwanz war in der Luft Das hat jetzt ausgeschaut, als wäre das der Kopf Was greift da irgendwo so ein Shit? Ich bin außerhalb vom Häusl, 6 Uhr Wo? Ich bin im Dachl Ich steh am Dachl oben Was? Ich bin am Dachl draußen Wie geht das? Wenn du da oben bist Ja, ich hab gar nichts gemacht Ja komm, da ist eh so eine Mauer Hupf auf die Mauer Irgendwie, vorsichtig Ich wollt doch noch aus! Nein, ich komm da nicht rum Vielleicht hupfst du auf das Autodach Nein, warte, ich probier's da nicht mal Da muss doch irgendwo ein Eingang sein Was soll denn? Ey, Alter, bricht da nix Ja, bricht da nix Ja, bricht da nix Ja, Harry, ich werd jetzt draufgehen Einen schönen haben's da herinnen Ja, hupf aufs Autodach Das ist nicht so weit Das überlebe ich nicht Ja locker Niemals Ja, freilich ist ja nicht weit Ja, genau Alter, voll weit Ja, hupf einfach Ich spring rückwärts Vielleicht wird das noch wirst Oh man, ich kann gar nicht hinschauen Hupf 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 Cool, ne? Ich hab noch gar nix mit dem Hupf 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 I'm just gonna raping you. You're having me raping. Raping time. Das ist so schnell. Wir sind schnell in Richtung Elektro. Woah, da ist direkt Elektro Fire Station. Und Open Shoot. Don't shoot. Und gestorben, weil es schon spart aufgemacht. Ja, da gehts wieder in die Insel um und da ist die Brutten. Woah, Alter. Jetzt wird ich fast draufgekommen. Brutten. Brutten. Was? Was sagst denn du Brutten? Ja Brutten. Woah, woah, woah. Wie sagst denn du Breckerl? Sagst du ja Brückerl? Na ja schon, oder? Krümel. Aber Brutten klingt so geil, weil es so viel... Brrrr und da. Brrrr und da. Ja super. Das ist eins von den besten Wörtern, das du hast, Maxi. Ja danke, das gefreut mich. Das gefreut mich wirklich. Jetzt hat mir Tanja ausgelacht, weil ich Pro Speck gesagt habe. Das habe ich im Pro Speck gelesen. Ja, Walf, das heißt ja so. Ah, da bist du. Ich bin links von dir jetzt. Nein, jetzt rechts. Ah, blablabla. Gott verdammt, jetzt schau ich nicht so blöder. Sag mal, du hast doch eine Kontrolle. Ich habe die Kontrolle verloren. Die Kontrolle verloren. Was war das? Was? Schau, siehst du das? Boah, cool. Du hast die Ecke geschrien. Der Rumpal, der da, wie blöd. So. Boah. Geh weg. Du musst weggen, geh du ab. Warum? Ja, weil ich sonst nicht guten kann. Was machst du denn, du? Verpiss dich, dein Kleid. Oh Gott, jetzt verpiss dich. Ich bin nicht weg. Nein, du liegst da neben mir. Ach so, das geht nicht, oder was? Nein, ganz weit weg. Boah. Oh ey, da tatsch auch schon wieder wie ein Basisbad da. So geil. Aus so einer riesen, aus so einer Zinnhalle da. So wie ein Basisbad. Ah, cool. Das ist aber echt geil. Ja. Oh, es ist du. Hey, nice to meet you again. Na. Es ist der Schwierer da. Hey, siehst du mich? Go around, I will come to meet you. Ja, der Kleid. Ja, der will rapen. Ja, der will rapen. Also, go around. I will welcome you. Ich will welcome you. Gegrüßet seist du Maria. Voller Gnaren, der Herr ist mit dir. Du bist für Benedikt. Du bist für Benedikt. Ja. Was machst du denn du? Ich kann es nicht abbrechen. So, weil jetzt frag mich auch nicht. Du sollst keine Schranke jetzt bauen. Ja, ich kann nicht. Ich kann es nicht abbrechen. Ich kann nicht wegreden. Vier vor zwölf. Schau mal, ich staplere. Schau mal, ich staplere. Ich kann nicht weg. Ich kann nicht jumpen. Ich kann nicht aufstehen. Schau mal, ich staplere. Ich muss mich beschützen, dass es mal jetzt mehr kommt. Ich kann nicht weg. Dann gehen wir doch beim Holzfenster schau. Alter, den Sitz. So eine Tore spät mit der Tore. Dicke. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.